Vermietercoaching ist noch recht ein neues Berufsfeld. Das gibt es auch seit 2019 bei uns im DVB, wo wir wirklich die Vermietungsbetriebe unterstützen bei einer täglichen Arbeit, bei der Vermarktung vom Betrieb. Also zum einen machen wir die persönliche Beratung vor Ort, also wir fahren zu den Betrieben hin, machen Schulungen. Ich weiß einfach über allgemeine Sachen für einen Berufsalltag, also sowohl bei der Gästeanmeldung als auch beim Versand von der digitalen Gästekarte beispielsweise. Also alles was sich da irgendwie unterstützt und einem einfachen Arbeitsalltag leichter macht. Dann machen wir noch viele vor Ort Schulungen, wo wir uns einfach über die aktuellen Maßnahmen und Neuerungen informieren. Und zusätzlich haben wir dann noch unser Schulungsprogramm über die Vermieterakademie. Es sind meistens einstündige Webinare, damit sie sich einfach weiterbilden können und immer auf dem neuesten Stand bleiben. Das ganze freut uns sehr, wenn wir da bestens betreut sind vom Coaching von der Lena und von Markus auch. Sonst das ganze Team, da erwarten wir ganz tolle Erfahrungen. Egal ob es jetzt rund um irgendwelche Fragen geht, was gerade zu buchen ist oder mir ist es auch schon samstags passiert, dass ich leider die Gästekarte nicht erstellen konnte als E-Mail. Und sogar am Samstag erreicht man jemanden, der was da gleich von Ort ist und mir da weiterhilft.